Willkommen zurück zu Far Cry Plane Primal erstmal jetzt Hunger lockern zur nächsten Folge haben wir gerettet Okidoki Reisen-Avenger hängen Vorratssäcke nach hoch oben in die Bäume Ok Reisen-Avenger dreht sich die Ohren toter U-Damm ab um die Schreie an ihrem Kopf zu schweigen zu bringen Das ist schon ein bisschen ähm komisch für die Eiffel wahrscheinlich in Ordnung So, dann sind wir wieder zurück in unserer schönen Höhle Will ich mich ausruhen? Will ich mich ausruhen? Will ich mich ausruhen? Will ich mal aus? Bis zur Morgendämmerung schlafen oder bis zur Abenddämmerung schlafen? Ach! Schnickschnack! Ich schlafe gar nicht So, was haben wir hier? Belohnungslager öffnen Huch! Im Belohnungslager werden überschüssige Rohstoffe und Gegenstände verstaut Achte auf das Symbol auf der Karte Du kannst im Dorf und an allen eroberten Außenposten Leuchtenfeuer und Lagerfeuer auf dein Belohnungslager zugewerfen Gegenstände werden bei der Eroberung eines Außenpostens oder beim Anstieg der Bevölkerung automatisch hierher gebracht Scylla, die Sammlerin, wird ebenfalls täglich neue Dinge hinzufügen Wenn du ihre Hütte errichtet hast, einschließlich seltener Gegenstände beim zweiten Upgrade Sie regelmäßig nach und nimmt dir alle Gegenstände die du brauchst Cool Tierfette Hartholz Feuerstein Hier rechts sieht man dann quasi was im Lager drin ist und was in der Beutetasche Was ich quasi bei mir trage Vorkommen überall, wo es Land im Ohr aus Felsen und Steine gibt Nutzung stelle Kräulen, Speer und Splitter im Waffenrad her Nahrung haben wir in der Beutetasche ist voll und im Lager 4 von 80 Gut Da ist natürlich erstmal noch nicht so viel drin, wir sind ja noch ziemlich am Anfang Knochen Knochen kann ich auch Sachen hier ablegen eigentlich Beutetasche Tierhaut Ich stelle Keulen, Speer, Splitter und Stachelbumpen im Waffenrad her Ah, ich hab schon ein bisschen was in meiner Beutetasche drin, oder? Ah hier, das ist das Rotblatt Beutetasche Ah Boah Alderholz Gut Gut Gehen wir erstmal zurück Gucken wir uns mal hier um Uh, ich brenne Schön durchs Feuer gelaufen Huch Wo ist er denn? Huch Wo ist er denn? Huch 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 Tensei Den Schamanen in dein Dorf Er wird dir beibringen, wie man Bestien zähmt und eine Eule ruft Schwierigkeitsgrad Leichte Belohnung Mittlere XP Menge Dann biorisieren wir das mal an Als Wegpunkt So Und da war unterwegs irgendwie noch ein Leuchtfeuer Was ist denn das da anders auf der Karte? Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Leuchtfeuer sein? Hmm Man weiß es nicht Na guti Leuchtfeuer Na guti Kuuu Bogen Ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich gucken? Richtig Wildschweinehaut brauchen wir, um die Eigengeweihte Tasche abzugraden Und wir brauchen noch zwei Rothundfelle, um meinen Köcher abzugraden Gut, dann gehen wir erstmal auf der Suche Auf dem Weg nach zu Tensei Hier ein bisschen hoch, ein bisschen runter 900 30 Fuß noch Lalala, heute ist ein sehr sonniger Tag Gucken wir mal von hier oben, ob wir irgendwo unten schon Was sehen Runter gesleidet Ja, was hab ich gehört Da Bräuch nicht Bräuch nicht Wir brauchen Wildschweine und Rothunde Dann können wir noch auf die Karte gucken Wildschweine Wildschweine gibt es hier Rechts von uns Über dem Fluss drüber Und Rothunde, da kommen wir noch vorbei Wir gehen erstmal nach rechts Jetzt habe ich den Wegpunkt weggemacht, glaube ich Wir gehen erstmal hier nach rechts Über dem Fluss drüber Und dann sollten da Wildschweine auftauchen Dann hören wir uns erstmal zwei Wildschweine Da stehen doch schon welche, oder? Super, wie ist er? Super, wie ist er? Da ist er in der Rehe, oder was? Scht! Da ist er in der Rehe Oder Hirsche Oder sowas Oder something like that Hungrig, oder was? Ja, das hat Ziegen, Hirsch, irgendwie sowas in der Richtung Aber wir müssen jetzt eigentlich in dem Gebiet der Wildschweine sein, genau Wollen wir doch mal schauen hier in der Gegend Ein kleines Bächlein Und das Wasser fließt Und das sieht so geil aus Wie das Wasser fließt Uh, was ist denn da los? Uh Uh Da können wir nichts mehr mitnehmen Das ist schon Verrotet Wenn wir hier mal hochklettern Zack Und hochgeklettert Oh Oh Wildschweine könnten ja auch hier anfliegen Oh, da ist eins Oh Daneben Wow Boah Was? Das war jetzt irgendwie Oh 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 Mich greift schon wieder einer an Jetzt habe ich einmal Fleisch und Wildschweinehaut Aaaaaah Boah Das fiel ist verdammt schnell Ein Hund Ein Rothund Brauchten wir ja auch noch Tasche voll Tasche voll Tasche voll Wildschweinehaut Rothundfell Ah, die Tasche voll ist doch scheiße 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 Beutetasche Schau was wegschmeißen aus Tierhaut Aber ich muss mir erstmal was basteln Handwerk Hhn handwerk Euh Tja Tierhaut dann müssen wir die mal anzünden dann verbraucht die sich hier oder kann ich auch so wegschmeißen Steine schmeißen ging so na gut dann gehen wir halt mal in die Richtung was ist das denn da habe ich so runtergeplumpst hier hier kommt ein Wildschwein ne ein Hund ich bräuchte ja eigentlich einen Rothund um meine Fähigkeiten zu verbessern oh ich brenne hier brennt irgendwie alles gerade wenn ich mit einem Brennenfackel rumrenne oh Busch brennt ja ok mein Fehler ja gut ja ach man kann ja mal passieren so dann werden wir mal dumm 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 hier den Köscher erweitern haben wir gemacht jetzt haben wir wieder auch ein bisschen Platz in der Brite Tasche sollte immer so sein ne ach da wir was haben wir da gebraucht jetzt ach so sieht man jetzt nicht mehr ach ach wie blöd eingeweihte Tasche Wildschweinhaut brauchen wir noch eine wir müssen noch eine Wildschweinhaut tun ah schönes Feuerchen hier mitten in der Mittagssonne dumm di dumm di dumm di dumm sind wir noch in der Welt in der Wildschwein gegen sie das Frazeichen Frazeichen unbekannter Ort erkunde diesen einzigen artigen Ort entdecke in das Land von Oros gehen wir da mal hin gehen wir da mal hin wir gehen da hin hier sind wieder Hirsche die gerade wegrennen tschüssi oh weil äh Rothunde auf der Jagd sind ähm gut wir müssen noch ein bisschen außen rum laufen komm hier hoch hier hoch hier hoch hier hoch und hups ne geht nicht oh 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 was ist das was ist das da ist irgendwas ähm der brennt oh schön in dieser Slowmotion an sich wenn man hier die Waffe auswählt boah krasse Sache ha ein Schwein er hat irgendwo ein Schwein gequick ah Mist sieht man nicht so gut Tsssss ja mal gucken hier hoch heppä heppä Wuuh fadassi Höhle Ui wat'fn Vieh und wat'für Fliegen hier rumhören mhm was gibts hier denn so leckeres uuuuuuuuuhhhhhhhhhh pfff eine Höhle eine Höhle, ich weche vom Weg ab, ich weche vom Plan eigentlich ab oh lecker, lecker was ist hier wieder, ach so, da kann man halt wieder nur Knochen aufnehmen hier noch mehr Knochen irgendwas brummt hier, ach du Scheiße oh mein Gott wo ist er ooooh das wird hier nix, ach nochmal her ein bisschen Fleisch futtern jetzt hier aieieiei ooooh was ist das da von der Hand Tasche voll was ist denn das hier sieht man das auf der Karte zoom 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 was ist das da Deicherhand leuchtende Handabdrücke hier auf Orte mit starker geist geistenergie hinweisen hier ist eine Tasche zu finden ooooh seht ihr hier eine Sammlung an der Höhlenwand an ooooh fuck, ausgegangen äh 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 gut naja ähm halt und trotzdem nach links ich brauche noch einen wildschwein wildschwein curve wildschwein 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 ne dicke Keule Wildschweine sind ja hier echt rar irgendwie hmmm von hier oben eins das sind da Steine was ist das da Steine klettern, Ziege hm nix dabei ist hier was gesehen? da ist ne Spur Spur von irgendwas hier Hirsche wieder ja oder Rehe besser gesagt und Steine ja keine Schweine gibt's doch gar nicht woher sind die ganzen Schweine hin? jetzt hab ich aber eins gehört hier oder? na nö 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 wir haben zwei Schweine hier da oh ne Tasche kriegt man die Tasche da runter? kriegt man die Tasche da runter? die Tasche runter schießen? ah ah und genau hat sie hier angefangen ja hab ich schon gemacht ist cool hm ach wir sind doch hier im Gebiet der Schweine aber wir sind schon ganz schön weit weg hier ein Stück nach rechts hoch ich hab's hier noch nicht so ganz mit der wow Adler oder sowas ja hier hoch kommt man hier hoch? nein natürlich nicht muss ich einen anderen Weg suchen dum di dum di dum di dum ja schöne Folge hier schöne Sightseeing Tour hier durchs Dorf das ist halt hier veränderte Musik wo denn? ist das da ein Schwein? das ist ne Sau ho vor meinen Augen was für ein Kill nice ein Holzfeier hat er nur bei hat wollen wir mal gucken was das Wildschwein so hat Wildschweinhaut ja halt ah wir können was vermessen und zwar können wir also drei Köder mitnehmen zwölf Stück Fleisch und zwölf Portionen Tierfett ja Wollikowski aber jetzt können wir erstmal nicht weiter irgendwas machen oh Sperr können wir uns zusammen basteln Schilf brauchen wir einmal da können wir einen Sperr holen den Sperr mach ich noch geil Schilf am Wasser wir müssen wieder runter Rutschpartie Schilf 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 hm irgendwie ach hier ist eins traumhaft zack und Sperr aus soo nord cedar holz da sind wir noch gar nicht ansonsten schiff und knochen eigentlich kein problem 8 von 6 ich trage mehr als ich kann auch nicht schlecht so wollten wir eigentlich ich meine hochlatschen zum leuchtfeuer erstmal das leuchtfeuer einfachen fischräuse fisch 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 das heißt er wohl kaputt gemacht ein bisschen schwimmen tut auch gut geht ein bisschen das flug ab denn dadadadadadadam dadadadadadadadadadadam ich soll das hier der weg sein was resultadoФ ich kann den alien Ah, hier. Was ist das? Alter Holz. Ne, nur Zetterholz brauchen wir. Wow. Wo ist denn die andere? Da. Na, na, na. Da ist ich nicht, oder? Wo ist er denn? Da liegt er. Da liegt er. Wo wollen wir den halten? Dreimal Fleisch. Rot, oder? Halt die Klappe. Haha. Guck, guck. Na? Da liegt er breit, bin ich da. Ich mache von oben schon. Huh. Ist das der so? Fleisch natürlich. Ich esse erstmal Fleisch. Da ist meine Lebensenergie auch wieder schön. Ich weiß nicht, wer ist das jetzt hier in der Welt? Na, das ist ein bisschen doof, der Weg, glaube ich. Da kommen wir wieder zu einem unbekannten Ort. Na, da könnte man ihn so quer durchlatschen, ne? Ne, ich laufe lieber zurück und gehe den richtigen Weg zum Leuchtfeuer. Nehmen wir den Speer wieder, falls irgendwelche komischen Viecher hier kommen. So, Speer basteln, Speer basteln. Oh, dreimal Hartholz? Meine Fresse. Okay. So, da kommen wir auf den richtigen Weg. So wie es ausschaut. Ausschaut. Was ist hier so los? Schon wieder Rothunde. Ah. Er hat sich auch was anderes zu fressen gewollt. Das ist schön. Ah, die rennen wir uns hinterher. Nicht gut. Nicht gut. Der Rothund. Der sibirische Rothund. Wo ist er? Oh, es ist Nacht. Neue Information. Die Nacht ist dunkel und gefährlich. Die Sicht ist schlecht und viele Robtiere sind auf der Jagd. Erkunde die Welt bei Nacht und entdecke einzigartige Tiere, Pflanzen und Fundstücke. Waffen entzünden. Halte Kugel drückt, um das Waffenrad zu öffnen. Wähle eine Waffe. Drücke die rechte Maustaste, um die Waffe mit Hilfe von Tierfett zu entzünden. Ey, wo ist er denn? Ach, nö, eh. Du, du, war. Oh, was? Ein Schlag? Schlechter Hund. Tschüss. Klatsch. Oh, armer Hundi. Dann entzünden wir das Ding doch mal, ne? Dann sehen wir auch was. Halten wir uns auch. Wow, was für ein Vieh, ey. Wölfe. 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 Sicher. Was ist das für ein Halt? All the Holes. All the Holes. Brauchen wir auch nicht. Die Tiere rannen hier alle weg. Der Mann mit dem Feuer ist unterwegs. Leuchtfeuer sind große Feuerstellen, die dein Gebiet markieren, sobald du es erobert hast. Schalte die Gegner in der Nähe aus und entfache die Leuchtfeuer, um sie für deinen Stand zu erobern. Eeroberte Leuchtfeuer schalten Schnellreisen frei und bieten dir sichere Ruhestätten und Zugriff auf deinem Belotungslager. So, jetzt müssen wir erstmal Gegner suchen. Ah, wir sind schon wieder über 20 Minuten entdeckt. Ja, keine Gegner. Leuchtfeuer! Eule! Na gut, die Leuchtfeuer! 400 XP, Venger-Bevölkerung erhöht. Wow, cool! Wenn du ein Leuchtfeuer oder einen feindlichen Außenposten eroberst, schaltest du ein neues Schnellreise-Ziel frei, mit dem du schneller durch O-Raus reisen kannst. Du kannst außerdem in dein Dorf schnell reisen, um Hütten zu errichten oder zu verbessern. Drücke M und wähle das Kartenmonet zum Schnellreisen. Und, äh, was auch immer da, die Markierung zum Markieren deines Leuchtfeuers, Außenpostens oder deines Dorfes und wähle die Schnellreise. So funktioniert das also. Coole Sache. Hier, da sehen wir es. Unser Belohnungslager. Yay! Hartholz. Das nehmen wir mit. Da kümmern wir uns. Hier, Dingsibumsi-Bum. Viermal Fleisch. Fleisch ist voll. Knochen auch voll. Was ist das eigentlich? Tontopf. Ach ja, hatten wir ja bei dem einen da gefunden. Genau. Da liegt eine Tasche. Oh, einen Fähigkeitspunkt haben wir ja. Achso, die wird da wahrscheinlich da drin sein. Was, wenn ich da jetzt reinlaufe? Zünde ich damit dann das... Oh, der Stock ist langsam. Klettern? Warum klettern? Ich will nicht klettern. Ich will suchen. Nordton. Tasche ist voll mit Fleisch. Blau Blatt. Wow, da gab es ja eine Menge jetzt. Kann ich aber was... Was ist das denn? Lila Blatt. Uh, ein schickes Lila Blatt. Da unten ist Blau Blatt. Ach, wie geil. Ich kann die Keule noch werfen. Was ist denn das da? Da schleicht irgendwas lang. Wilfel sind da oben. Cool, Leuchtfeuer entfacht. Was ist das hier? Rotblume? Rotblattblume? Sieht aus, die sind da verkehrt rum. Erdbeere. Wollen wir mal schauen, wie weit das noch der Karte da nach oben ist. Wo ist er denn jetzt hier? Wo? Ah, hier. Da ist er. Die Reise nach Tensei oder zu Tensei, wie auch immer, zeige ich euch in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und hoffe natürlich, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn es heißt Far Cry Primal. Die PC-Version natürlich. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.